Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Ölöfen 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Ruby SRE302 Ölkocher gewählt. Der Ölofen Ruby SRE302 hat einen modernen Stil und gibt eine forcierte Wärme ab. So heizt er die Räume gleichmäßig. Dank seines integrierten Armaturenbretts können Sie das Gerät über 24 Stunden programmieren. Dieses Modell verfügt auch über die Technologie der Brennstoffvergasung. In diesem Fall profitieren Sie von einer optimalen Verbrennung. Im Gegensatz zu Modellen mit Docht verbrennt dieses Modell Öl in Form von Gas. Dadurch ist es sehr effizient und muss nicht mit Verschmutzung umgehen, was seine Lebensdauer verlängert. Darüber hinaus verfügt dieses Gerät über Sicherheitsvorrichtungen für O2 und CO sowie über einen Infrarot-CO2-Detektor. Dies ermöglicht es dem Ruby SRE, sich im Falle eines Problems oder einer Störung automatisch abzuschalten und sofort einen Code zur Diagnose des Problems anzuzeigen. Außerdem verfügt dieses Modell über eine elektronische Sperre, die verhindert, dass es sich verstellt. Dadurch wird ein kontinuierlicher Komfort und eine stabile Temperatur gewährleistet, während eine Überhitzung verhindert wird. Auch seine kalten Wände vermeiden jede Form der Verbrennung. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den Zipro Toyotomi FF30T Petroleum- oder Heizölkocher gewählt. Mit seiner Leistung von 1.020 bis 3.000 Watt ist dieser Heizölkocher sehr schnell aufheizbar. Sie müssen nicht warten und das bei sehr geringem Brennstoffverbrauch. Er liegt zwischen 0,115 und 0,339 Litern pro Stunde. Bei diesem Zuheizer ist die Installation relativ einfach. Es ist lediglich eine Bohrung mit einem Durchmesser von 8 cm nach außen erforderlich. Auf diese Weise werden die Abgase direkt zum Luftauslass abgeleitet, während die Luft sofort eingefangen wird, um den Raum zu heizen und zu versorgen. Dieses System ist nicht von der Umgebungsluft abhängig. Sie profitieren dann von einer gesunden Atmosphäre, da die Erneuerung mit der Luft von außen erfolgt. Ein weiterer Vorteil dieser Anlage ist, dass sie sehr sparsam ist, denn sie verwandelt 92% in Wärme um. Außerdem erfordert es keine Wartung, da es ein selbstreinigendes Modell ist. Das intuitiv bedienbare elektronische Digitaldisplay des Toyotomi FF30T ist nicht zu übersehen. Es ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur und Sie können auch den Timer 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche programmieren. Außerdem kann das Gerät die Zirkularlüftung und die Verbrennung so einstellen, dass die gewünschte Temperatur überall im Raum schnell erreicht wird. Auf dem zweiten Platz haben wir den Tony Sun RMB95 Ölheizer gewählt. Dieser Ofen ist ein nicht elektrischer Ofen. Daher benötigt er keinen Anschluss. Sie müssen lediglich seinen Tank auffüllen und er bietet Ihnen eine Heizdauer von 17 Stunden. Dies ist dank seiner Leistung von bis zu 2500 Watt möglich. Durch die Dochteinstellung haben Sie die volle Kontrolle über den gewünschten Grad der Heiztemperatur. Die Funktionsweise dieses Geräts ähnelt der eines herkömmlichen Heizgeräts. Darüber hinaus ist es ein Gerät, das ein sehr elegantes Design hat. Dank seiner geringen Größe können Sie dieses Gerät so einfach handhaben, wie Sie möchten. Darüber hinaus können Sie es sowohl drinnen als auch draußen verwenden. Das gilt insbesondere für zu Hause auf dem Campingplatz, im Gartenhaus oder an jedem anderen Ort, an dem Sie sich aufwärmen müssen. Der Tony Sun RMB95 ist ein Kerosinkocher mit Docht, der zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis angeboten wird. Es handelt sich in der Tat um ein hochwertiges Modell, das sie viele Jahre lang warm halten wird. Dieses Gerät ist recht robust und hat einen Griff und wiegt etwa 5 Kilo. Es genügt zu sagen, dass es ein nicht sperriges Gerät ist. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf Platz 1 haben wir den Inverter 7748 Electronic Kerosin Stove gewählt. Der Inverter 7748 wurde als bester Kerosinkocher 2022 in diesem Ranking ausgewählt. Er konnte durch seine Innovationen in der Branche überzeugen. Dies ist vor allem bei einem Programmiergerät, einem Brennstoffthermostat oder der Vergasungstechnologie der Fall. Letztere ist ein Verfahren, das die Verschmutzung des Geräts deutlich reduziert und ihm eine hohe Leistung und Lebensdauer verleiht. Seine hohe Leistung von 4650 Watt erwärmt einen Raum von 186 Kubikmeter. Darüber hinaus verfügt es über ein System zur Temperaturregulierung, um Ihren Komfort effektiv zu gewährleisten. Wir weisen auch darauf hin, dass dieses Gerät über einen Sparmodus verfügt, der den übermäßigen Verbrauch von Brennstoff erheblich reduziert. Dadurch können Einsparungen erzielt werden. Darüber hinaus haben wir es hier mit einem besonders ausgeklügelten Gerät zu tun. Es verfügt über ein großes digitales Bedienfeld, über das Sie Ihre Einstellungen ebenso einfach vornehmen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Programmierungen auf wöchentlicher Basis vorzunehmen. Mit seinem großen 7,2 Liter Tank reicht er für bis zu 69 Stunden Dauerbetrieb. Sie können ihn sicher benutzen, denn er verfügt über einen Infrarot-CO2-Detektor und eine Kindesicherung. Diese ermöglicht es Letzteren, nicht auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen. Ich lade Sie nun ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den TopTech-Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, das war TopTech, ciao, ciao.